Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint. Ja, das letzte Mal sind wir ja klicklich gescheitert, wo wir dann den Berg hochgegangen sind. Und ich will jetzt kann das ausprobieren. Ah ja, okay, dann geht er automatisch auf Schauzug. Gut, ja. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir kraxeln den Berg hinauf. Mal gucken, ob das diesmal besser funktioniert. Ah, offensichtlich nicht. Ja, rutsch doch gleich den ganzen Hügel runter, Freundchen. Hallo, jetzt reicht's aber. Heieiei. Okay, wahrscheinlich gibt es einen ganz einfachen Weg da hoch, den ich wieder mal nicht sehe. Ja, genau, pack dich da noch fest. Ah. Also das, muss ich sagen, ist echt nervig. Gehe ich den Berg jetzt runter oder hoch? Wie würde ich sagen runter? Oder? Ja. Ja gut, denn... Was geht's hier? Nein, geht's nicht. Das ist hier irgendwie ein bisschen... Ich glaube, fast so rum ist sinnvoller. Okay. Den Weg wieder zurück. Also man muss echt sagen, dafür, dass das hier ja so ein Ghost sein soll, ne? hat der ja der ultimative Kämpfer sein soll, ne? Hat der echt verdammt wenig Ausdauer. Ich glaube, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Vielleicht komme ich hier ein bisschen hoch. Vielleicht komme ich hier ein bisschen hoch. Gefiegt würde ich sagen, hier war ich gerade schon mal. Das geht mir gerade echt ein bisschen auf den Nerven. Mein Gott, ich glaube, ich porte mich gleich zum nächsten Biwak und fliege da mit dem Heli wieder rein. Ja, genau. Ja, genau. Es ist wahrscheinlich das sinnvollste. Wo ist der nächste Biwak da? Das ist echt etwas lächerlich, Leute. Also, Wahnsinn. Das ist... Nee. Also, bei sowas hätte ich dann echt schon wieder Bock, das Game in die Ecke zu schmeißen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich gibt es einen ganz einfachen Weg da hoch, wo ich einfach wieder zu... intelligent bin, den zu finden. Ja, komm, mach weg die Animation. So, Heli. Na, jetzt komm, selbst den Hügel kommt es jetzt nicht hoch, oder was? Boah, da könnte ich mich gerade aufregen. So, jetzt kann's. Also, jetzt, wer ist das правильно. Ich habe noch einen Böger. Aber jetzt ist es vielleicht so ein paar Hügel. Wo ist das? Jetzt kann ich es nicht hoch? Wir sind egal. Wir sind auch hier. Ich habe hier, in der Böger. Und dann haben Sie dann die Böger. Also, ich habe mich gerade gesagt. Ich habe dir das Böger. Geist. Ich habe da auch. Na prima, das wäre ich genauso weit wie vorhin. Das ist doch jetzt echt ein schlechter Scherz, Leute. Ey! Ich hätte da oben einfach landen sollen. Nun geh doch da einfach hoch! Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Wie sollst du da denn unbemerkt einigermaßen hinkommen? Wenn der Kerl zu blöd ist, hochzukraxeln. Spacko! Ja! 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 Natürlich kann er sich da jetzt wieder nicht festhalten. Ja! 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 So? Na, Fähigkeit, wie schaut's aus? Na, Fähigkeit, wie schaut's aus? Okay, 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 okay. Nein, oder? Ey, ich krieg gleich die Krise, ne? Und wo bin ich jetzt wieder? Am Arsch der Welt. Gut, ich krieg grad irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, komm, mach die Animation weg, interessiert keinen. So. Also die Mission macht mich grad echt ein bisschen fertig. Ja, genau. Ja, warte doch, dass der Heli von selber wegfliegt. Oh, sorry, dass ich da jetzt grad ein bisschen am Ragen bin, aber... Das macht mich grad etwas fertig. Scheiße, jetzt dründest du jetzt lauen! Ja. 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 Da. Ja. 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 Panzerbrecher Das ist das Team, das J-Skill befreit hat So, da hab ich einen gesehen So, da oben steht noch einer Na, wo steht denn der Bastard Da ist er Na los Gefunden So, ist der Weg jetzt hier frei Das ist ein herrliches Bild, gerade Sorry Okay, da drüben ist ein Sniper Wo sind sie hin? Hab sie aus den Augen verloren Aber wo? Ah, da ist er Feindlicher Kontakt, Achtung! So So Ich brauche Sichtkontakt, na los! Scheiße Dann stammt wir uns mal den Kippen Gehen Vorausgesetzt er wäre natürlich jetzt in der Lage, die Leiter zu benutzen Feindkontakt, wir haben Feindkontakt Das wollte ich jetzt grad nicht So Da kommt einer Der entdeckt mich auch gleich No Na komm raus Ja, bestimmt nicht, wenn du dich da hinten versteckst, Freundchen So, rennt hier jetzt noch irgendwo einer rum? Da unten noch irgendwo Da unten noch irgendwo Die Neue Dann Ich brauche Ich brauche Verhalten Ab Ich brauche Was ist das? Wann Ich brauche Ich brauche Wann Und du bist tot. Die Plattform ist noch irgendwie, glaube ich, einer. Ne? Okay. So, ich will jetzt erst mal diese Mission hier abschließen. Einen schönen Tag. Ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Oh, na klar kann ich Ihnen helfen. Danke. Passe Sie auf sich auf. Muss, weil sie sich versteht. So. Das wäre jetzt endlich geschafft. Oh, sag mir nicht, ich muss jetzt wieder... Oh, nee, ey. Jetzt muss ich wieder in den Campus rein. Das ist jetzt irgendwo ein schlechter Scherz, oder? Also, ich habe echt nichts dagegen, wenn was herausfordernd ist. Aber, dass ich jetzt wieder in diesen Campus rein muss. Und dort wieder alle platt machen muss. Und du bist ein absoluter Vollidiot, was Berge betrifft. Aber nicht nur was Berge betrifft. Auch Leitern sind irgendwie ein bisschen nicht so dein Thema. Das ist mir auch egal, Freundchen. Keine Sorge, ich will hier nicht länger bleiben, als ich muss. Also, das ging mir jetzt echt ein bisschen auf den Nerv. Also, das ging mir jetzt nicht so. Also, das ging mir jetzt nicht so. Und die Dinger sind sowas von ungenau. Ich bin hier ungedeckt. Such nach Zielen! Ich bin hier... Ich komm nicht drauf. Die alte bleibt da einfach hocken, ne? So blöd wie sie ist. So blöd wie sie sind. So blöd wie sie sind. So blöd wie blöd bist du eigentlich. So mal warten, bis sich das Ganze hier wieder beruhigt hat. Ich kann's auch nicht glauben. Hab's hingekriegt. Schnapp nicht lang rum, leg los. Bin bereit. Okay, wird schon schief gehen, hm? Oh mein Gott, bitte sagen Sie, Sie wissen, was Sie tun. Sagen Sie, dass ich nicht mein ganzes Leben geschuftet habe, um erschossen zu werden, weil ich mein eigenes Programm hacke. Je eher wir fertig sind, desto schneller können wir hier raus. Sorry, das müsste sein. Hoffentlich stoppt der Download nicht. Drücken Sie die Daumen. So. Okay. 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 Das versuchen wir jetzt nochmal. Habe ich vielleicht noch irgendwie eine stärkere Waffe. So. Okay. Okay. Kann ich jetzt erstmal mal versuchen. Bin bereit. Ist das immer ja schon. Bisschen schief gehen. Oh mein Gott. Bitte sagen Sie, Sie wissen, was Sie tun. Genau das hat Sentinel auch gesagt. Ja, ja. Komm. Oh mein Gott. Ja. Überrascht. Das ist eine verfluchte Scheiße. Das ist eine verfluchte Scheiße. Das könnte jetzt noch lustig werden. Habe ich nicht noch Minen oder sowas? Sensorwerfer, ach das brauchen wir unbedingt. Ach guck mal hier, Minen. Ach guck mal hier. So, zwei Minen hingelegt. Vielleicht hilft es ja was. Geht mir jetzt nicht auf den Nerv hier. Das hat schon mal funktioniert. Wir sind nicht allein. Bleib wachsam. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, ich kann ich jetzt grad gar nicht brauchen hier. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, ey. Wo kommt denn jetzt dieser wunderschöne Heli hier? Ey. Leute, ich krieg grad zu viel. Aber ich will das jetzt noch schaffen. Das mit der Mine war schon mal eine geile Idee. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Funk da vorne nicht vorher noch ausgeschaltet krieg. Aber ich glaub, der hat mir das jetzt so mit versaut. Was? Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Mach's gut. Oh. Feindliche Einheiten greifen an. Verstanden. Die holen wir uns. Sichtkontakt. Feindlicher Soldat. Oh. Ok der Funker kommt näher, das ist schon mal sehr gut. Wir müssen den Download stoppen! Feindkontakt! Idiot! Nein! Feinde im Gebiet! Und töten sie alle! Ja! 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 Start, Ahí! No! Ja! Da habe ich gehört! Die haben uns als Physiker geklaut! Knallt sie ab! Macht's nicht kalt! Diese Drohnen, die gehen mir richtig auf den Nerv noch. So, jetzt nochmal heilen. So, jetzt versuchen wir das Ganze noch einmal. So, Rhi, komm. Jetzt aber. Ja, komm. Und was entdeckt mich jetzt bitte? Ja, bitte. Ja, bitte. Überwischt! Deckung! Los jetzt! Uns darf niemanden kommen! Jetzt hat's auch hier das Problem mit dem scheiß Heli. Jetzt hat's auch hier das Problem mit dem scheiß Heli. Okay, jetzt geht's. Bisschen! 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 Was ist das? Was ist das? So, wie lange noch? 17 Sekunden. Okay, komm. So, hast du es jetzt geschafft? Ich schon. Alles okay? Was? Nein, kein Stück, das war grauenhaft. Sind Sie verletzt? Ich glaube nicht, aber meine Psyche hängt an einem seidenen Faden. Deine Psyche? Frag mich mal. Wir gehen müssen. Verschwinden wir, bevor noch mehr von den Arschlöchern auftauchen. Ich muss die KI entpacken, aber dafür brauche ich einen sicheren Ort. Irgendeine Idee? Es gibt da dieses Labor, das bei der Übernahme noch eine Baustelle war. Da könnte es vielleicht gehen. Das ist unsere beste Chance. Na, wenn Sie es sagen? Dann los jetzt. So, meine Freunde, aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.